da sind wir wieder zu einer weiteren folge scaffactory 3 und um ganz ehrlich zu sein ach so ja jetzt weiß ich wieder was wir gemacht haben er schief mensch gejagt von dem damen infusionsalter christel den infusionsalter müssen wir noch machen obwohl wir den eigentlich schon stehen haben was andere worte tanschen das ist egal wir machen erst mal das da gut da fehlt uns so was kommt schon ich denke gleich mal ein paar mehr her sicher ist sicher so das haben wir ach scheiße die batterie hatte ich doch bin ich bescheuert ja genau das das jetzt brauchen wir noch das hier das wird ja aus quats gemacht und das aus chiselt quats 1 2 3 1 2 3 dank unserer quatsch hühnchen dann geht das ja alles jetzt voran da ist der chiselt quatsch block 1 2 3 1 2 3 mal sehen wir mal wenn Flo 是o war dann noch einmal das hier und eine volle batterie ok und 1, 2, das war die 100, äh die 1, ich brauch aber die 2er, die 2er Batterie, wo haben wir die, die hab ich doch hier reingeschmissen, da ist sie, dann müssen wir die noch aufladen Ja, hier ist ja Ruf, da müssen wir auch mal sehen wie wir das ungefähr machen, denn mit kenne ich mich an Null aus, so das kommt alles da rein, das bleibt hier, äh, das war der Crusher, ja, war fast zur Hälfte voll, äh, wir wollten aber eigentlich den Melvin noch ein bisschen ärgern, dadurch dass er da nicht so wirklich aktiv ist, obwohl er sich erst auf das Projekt so richtig arg gefreut hat, deswegen, nee, nicht den Magnetring, das ist der Liquid Bunring, äh, ja, gut, äh, ja, gut, äh, jetzt bin ich gerade überfragt, ähm, Item Repair ISD Existing Stuff Donator Ok, ich versteh alles nicht. Greenhouse Glass Wood Casing Fluid Collector Ich suche aber gerade etwas anderes. Etwas, was ich jetzt hier nicht auf die Schnelle finde. Gut, du bist voll und da. Da rein und fertig. Ok, ich warte soweit. Ja. Zoom Zoom Croft Phantom Face Open Treasure Chest. Bitte was? A Treasure Chest. Gibt's nicht mal. Ok. Ok. Craft a Phantom Face. Eins. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber wir bleiben bei fünf. So. Wir stellen gleich mal zwei her. Dann brauchen wir das da. Wird gemacht aus Clay, Clay, Clay und... Hellblauer Farbe. Ähm, Clay. Haben wir hier irgendwo. So. Hoffe ich doch zumindest das Melvin noch was übrig gelassen hat. Ähm. Ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Und nochmal sechs. So. Ach Gottchen. Na komm. Äh, was muss ich da in die Mitte reinlegen? Das habe ich jetzt ganz vergessen zu gucken. Diamond Crystal. Diamond Crystal. Lass mich raten. Ja. Nur. Äh, da müsste eigentlich auch ein Diamant Block gehen, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Äh. 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 Eins, zwei, drei. Äh. Äh. Was ist denn heute mit mir los? So. Ich habe es halt irgendwie hier. Ja, ich wusste doch, dass das geht. So. Eins, 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 eins. Eins, eins, zwei, das, und das. dann können wir weitermachen hier das da und das da momente mal geht das nicht auch so da wird das eingeblendet schade egal dann müssen wir dazu machen dann geht es weiter jetzt brauchen wir den roten und den grünen den da da brauche ich auch den platte weiß den muss ich noch mal herstellen warum nicht warum nicht 1 2 1 2 1 2 und jetzt diese komischen da und ich brauche noch mal hellblaue farbe ich brauche für beide wenn mich nicht alles täuscht ja ok also alles doppelt bitte das die kristalle sind hier das klei war hier 1 2 1 2 1 2 gut 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 raus damit und das letzte fertig Da rein und da rein, da, jetzt brauche ich ja das Ding hier unten, hier komm jetzt gleich mal 63 Stück herstellen, du Faxen Dicke. So, dann, ne kommt bitte nicht schon wieder, 4 Stück, also 4 Redstone, 4 Claybricks, 1,2,3,4, 4, 4 Redstone, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, ne da haben wir noch welche, sehe ich gerade, 1,2,3,4 und jetzt noch Redstone, aber nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, 1,2,3,4. Das da rein, das da rein, 1,2,3,4, 4. Normalerweise jag ich keine Achievements, aber hier macht das irgendwie Spaß. So. Das, 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 das und das. Diese vier hier rein, das und das haben wir. Die Hammer alle, sehr schön, das können wir nicht machen, das Hammer alles, ok, Craft, Craft a Crusher, Craft a Double Crusher. Ich hatte zwar schon einen Crusher, aber ok, machen wir doch gerne nochmal. 1,2, 1,2, der Crusher, ok, ich muss zwei herstellen. 1,2, so und diese, ach komm schon. 1,2, ja, ja, was sagt man dazu, Pech gehabt würde ich wohl sagen. Wo ist mein Redstone hin? Wo ist mein Redstone hin? Redstone. Da oben. Ja, das war zu viel. 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3. Lass mich. So. So. Bzzzzzz. Bzzzzzz. Hehehehehe. So. Zup. Bzzzzzzzz. Hehehehehe. Ähm. Das. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. So, da haben wir das Achievement auch und damit beende ich die Folge hier. Tschüss. Untertitelung. BR 2018